Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part Und wir sehen die Maske total kaputt Nein, 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 nein Nicht, nicht sterben, nicht Nicht verbrennen Nicht kleiner Oben Schwarz Oben Wir sind oben Hier Ist es gut Glänzend Überall Da unten Ist es schwierig Zu atmen Schlecht Okay Du lässt mich wehren Du veränderst dich Okay Neue Maske, ja Die haben wir gerade gesucht Gott sei Dank Er wird nahe bei mir sein Und natürlich lasse ich ihn gehen Er ist ein Kind So, jetzt haben wir die Normalen wieder drin Oh verdammt, nur Salis Eine ganze Horde Aber die sind nur am rumvögeln Zumindest gerade nicht mir auf der Spur Hoffe ich Wo muss ich lang? Ich glaube da Nein, hä? Wo muss er ich lang? Doch da lang? Ne, da geht's nicht lang Muss ich da lang Muss durch den Tunnel Beziehungsweise das heißt den Tunnel dieses Scheiße Scheiße, ich hab' immer viel Muni Ich hab' ein paar gezielte Sollte wohl langsam machen Sollte wohl langsam machen Ja, ich hab' immer viel Muni Scheiße Wie soll ich'n die alle jetzt noch aufhalten? Ich hab' so gut wie keine Munition mehr Tutten Ist es schwierig Zu atmen Schlecht Du lässt mich her Du veränderst dich Ich werde da sein Im Glanz Aber ich werde nah bei dir sein Oh shit, hab' ich die ganze Zeit die anderen verschossen? Scheiße Ah, fuck Fuck, hab' ich die ganze Zeit die anderen Munition verschossen? Das hatte ich nicht beabsichtigt So, wo bleiben die nächsten? Guckt schon Wow Wow Okay So wäre es schafft Krass Danke dir Ich bräuchte Munition Sie fürchten mich geil Ja, ich brauch' Muni Muni, Muni, Muni Du, die anderen Leute seid stark Ihr könnt jeden töten Äh, okay Wir und die anderen? Wen meint er? Ja, gegen welche Ich glaub' eher gegen die Große wechsle ich das jetzt Von denen haben wir ja wenigstens noch ordentlich was Wen sollen wir denn töten? Ich komme mit dir Etwas, das du kennst Ich brauche es Verstehst noch nicht Etwas Wichtiges Okay Klar, gerne, komm mit Oh je Fuck it Drecksbiester Wo muss ich denn lang Ich kann Ja, nur hier unten noch lang An der Mauer Neue Maske Ja, darf ich mich aufnehmen Wow Okay Das ist mies Das ist extrem mies So, sieht's aus Leck ich nicht mit mir an So, wo lang Was ist aus, ne? Wahrscheinlich Weiter da Okay Ja Kannst du gerne haben Oh Fehl der Wechsel Muss ich denn lang Da hinten hoch Dann schauen wir erstmal, was die da noch für uns haben Da gab's noch einen Filter Ah, Nosalis Der abhaut Scheiße Warte mal Hä Das ist ein Dämon Bitterböse Riesendämon Aber ist der jetzt aber abgehauen, der Nosalis Ja, genau Down So Munition, Munition Und einen Eintrag Lesen wir uns den mal vor Ein Kind Eintrag 1 Ich erinnere mich, warum ich immun gegen den Einfluss der Schwarzen bin Ich bin tatsächlich ein Auserwälder, doch ich bin nicht so geboren worden Ich wurde erst an dem Tag so, an dem wir die Luftschleuse öffneten Der Tag, an dem ich zum Sterben verdammt war Ich sollte von wilden Bestien in Stücke gerissen werden, aber dieser Schwarze rettete mich Ich war der erste Mensch, den sie je getroffen hatten So war es geschehen Und bevor ich überhaupt Gelegenheit bekam, Angst zu empfinden, berührte er mich Denn so stellen sie eine Verbindung her Mit Erwachsenen ist das schwierig hinzubekommen, aber Mit Kindern Sie sind noch nicht festgefahren Ihre Seele hat noch keine Kruste und es ist leichter zu berühren Ich war der Erste Oha So ist das also alles passiert damals Dann nah auf, nah oben Kann man die andere Waffe mal mittlerweile nachladen? Ja, ist sehr gut Okay Ein toter Nonsalis Dann gehen wir mal hier rein Ja, noch mehr Kleiner würdest du mir nochmal eine Sicht geben? Vielleicht? Naja, auf jeden Fall sehe ich genug Ansonsten Ich habe hier das Prolle Nachtsichtgerät Beziehungsweise so sehe ich es sogar noch Viel besser Da sehe ich nämlich, was die da unten so alles rumliegen haben Da auch noch Na, wo bleibst du, Dritter? Shit Das war der Schuss daneben Das sollte so nicht sein Habt ihr hier noch irgendwas für mich? Ne Medikit oder so Würde ich nämlich eins benutzen Sieht nicht danach aus Na gut, brauchen wir auch schon immer Ich nehme mal wieder das Licht Könnte ich generell mal anlassen Da wurde einer ein bisschen verbissen Tatsache, da ist Medikit Aber ich brauche jetzt keins So Gehen wir mal da raun Da lang Und Treffen auf mehr Nonsalis Mistviecher Wieder auf der Treppe rumkämpfen Wir gehen erstmal nach unten Sammeln alles ein Oh, da bekommen wir Ja gut Brauchen wir jetzt aber auch nicht Aufschrecken tun Die Nonsalis sowieso Oh oh Ich höre eine Dämon Oh ja Ich sehe sogar einen Ich sehe sogar mehrere Aber die sind abgehauen Dann auf darüber Sieh mal Ich bin wie du Mit Kleidung Sieht cool aus Kleiner Mann Okay, dann machen wir hier im nächsten Part weiter Bis dann, Leute